Schönen guten Nachmittag. Heute mit etwas einem anderen Video und zwar haben wir von richtig coolen Marken Sachen zugeschickt bekommen. Das war Revolution Race und ich habe noch einen mega mega Rabatt für euch. Das war Freeride 15. Den blende ich auch unten ein. Das hat auf das ganze Sortiment 15% Außeraufschuhreduzierte Ware. Das heißt, wenn euch die Sachen gefallen, nicht nur die. Schaut auf die Seiten vorbei. Es sind richtig coole Sachen für eure Aktivitäten und alles dabei. Ich sage euch jetzt noch ein bisschen etwas über die Sachen. Ich habe sie noch nicht ewig lang, aber derzeit, was ich schon habe, bin ich richtig begeistert. Und zwar war diesmal die ProBand. Sie ist richtig robust. Sie ist wasserabweisend und was ich extrem gut finde, ist sie hat bei den Knie ein total elastisches Material. Das heißt, auch beim Biken, beim Wandern, sie ist total elastisch. Sie hat auch unten da wieder einen richtig festen oder zusätzlichen Stoff. Das, was auch total super ist, auch speziell für das Biken. Ein richtiger Pluspunkt ist, sie hat da unten einen verstellbaren Bund in verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Eng, locker, wie man es haben möchte. Für das Biken ist die enge Variante absolut perfekt. Das heißt, sie schreit nicht an der Kette und triss sie nicht rein. Was nur ein extremer Pluspunkt ist, finde ich. Speziell im Sommer, wenn man bergertradl fährt, sie hat da einen Lüftungsstütz. Links und rechts. Also auf der Seite links. Ist total super. Und ich finde mit dem Orange matcht sich das voll gut. Also optisch auch noch gut aus. Und Handytaschen oder für was man es auch immer nimmt. Ich nehme es fürs Handy. Hat super gut Platz. Ich habe ein extrem großes. Passt super gut rein. Geht zu. Die Reißverschlüsse sind richtig robust. Und auch der Bund hinten dran bei den Reißverschlüsse. Das ist nicht gleich, dass es abbricht von dem her. Sehr, sehr gutes Material. Grudel. Verstellbar. Hinten mit einem engen Bund, falls man keinen Grudel mag. So schaut das aus. Hinten nochmal einen elastischen Stoff. Hier aber die Kniekellen. Ja, soviel mal zu der Hose. Perfekt auch fürs Winterbiken. Auf das freue ich mich schon extrem. Wenn sie Wasser beißen ist für Schnee. Ich nehme sie dann wahrscheinlich ab und zu für die Arbeit vorne her. Sie hat die Schone. Kann man wahrscheinlich sogar unten reinziehen oder sie ist halt drüber. Oder im Schnee, wenn man weich fährt, braucht man keine Schone von dem her. Für unsere Last Place Besichtigungen. Und fürs Campen auch extrem optimal. Speziell wenn es dann ein bisschen kürter wird. Oder wenn man zum Beispiel Holz sammeln muss für Lagerfeiern am Abend. Ja. Also bis jetzt bin ich richtig begeistert. Ich bin gespannt, was die Hose noch so zu bieten hat. So weiter geht's mit dem Hoodie. Der fährt mir auch richtig gut. Den habe ich in S und ist in rosen Farben. Gibt es in verschiedenen Farben. Übrigens die Hose habe ich auch in S. Ja, könnte ich noch kleiner nehmen. Möchte ich aber nicht, weil man darunter dann noch Sachen anziehen kann. Von dem her kann man sie im Herbst und Winter auch perfekt verwenden. Der hat links und rechts zwei Taschen. Geht in der Mitte durch. Also riesen Platz. Genau. Oder halt für die Hände zum Verstauen. Hat auch extrem robusten Reißverschluss links und rechts. Genau. Ich tue den da kurz ein bisschen ein. Ich tue die Hose nicht mehr. Man kann auch drüber haben, wie man halt möchte. Und was ich bei denen extrem fahre, ist die richtig große Kapuze. Also mehr als Verstecken kommen sie da nicht. Ist extrem fein. Hat da verstellbare Züge noch. Dass man es ein bisschen enger machen könnte, falls es wäre. Und hinten ist auch noch mein Logo. Wenn man sieht. So schaut der von hinten aus. Eben wie gesagt gibt es in verschiedenen Farben. Mir hat Rosa extrem gut gefallen. Passt auch super zu Hosen. Kann man in alle anderen Sachen kombinieren. Kann man auch als Lifestyle verwenden. Zum Skifahren genauso. Zum Biken. Ja eigentlich auch für ziemlich alles. Und halt auch für Lifestyle. Ich habe den schon ein paar Mal angehabt. Zum Campen auch super. Ja. Wie gesagt. Minus 15% habe es jetzt die Möglichkeit von 28.08. bis 1.09. in den einzulösen. Einfach im Warenkorb. Die Sachen da. Der Code hinten hinzufügen. Werdet ihr schon abgesucht. Und dann habt ihr das auf eurer Bestellung. Ihr werdet wahrscheinlich noch mehr von der Firma sehen. Wir dürfen das jetzt mal testen. Ich bin mega gespannt wie das alles hebt. Bis jetzt habe ich noch keine Nähte offen. Wie gesagt den Bulli habe ich echt schon oft gehabt. Habe es auch schon einmal alles gewaschen. Ist ja auch alles super ausgehalten. Der Stoff ist mega fein. Und ja genau. Viel Spaß beim Shoppen. Und die Prozente nicht vergessen einfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.